Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Review hier auf diesem Kanal. Ich bin Laurin und im heutigen Video geht es um das Makita Akku Multifunktionswerkzeug DTM 51, wobei der aktuellste Preis und täglich neue Angebote wie immer unten in der Videobeschreibung sind. Los geht's nach dem Intro. Beginnend mit der Verpackung merkt man schnell, dass das Akku Multifunktionswerkzeug in der Solo-Version nicht in einem üblichen MacPack, sondern in einem kompakten Pappkarton geliefert und transportiert wird, wobei auf den Seiten die übliche Produktbeschreibung und Abbildung des enthaltenen Geräts vorzufinden sind. Nachdem man das Gerät dann in der Hand hält, stellt man fest, dass es sich hierbei um die gewohnte Makita-Qualität handelt, wobei das Gerät sauber verarbeitet, robust ist und keine qualitativen Mängel aufweist. Mit einem Gewicht von ungefähr 2,2 Kilogramm ist das Gerät zwar nicht leicht, aber für ein Akku-Werkzeug akzeptabel und dementsprechend gut handhabbar. An den wichtigsten Stellen auf der Vorderseite und an den jeweiligen Fingerablagen ist das Gerät großzügig mit Gummi beschichtet, was sich zum einen wertig anfühlt, einen gewissen optischen Vorteil erzielt und zum anderen natürlich eine verbesserte Rutschfestigkeit mit sich bringt. Dementsprechend liegt das Gerät sowohl bei Rechtshändern als auch bei Linkshändern gut in der Hand, wobei die Bedienelemente einfach erreicht werden können. Was diesen Punkt anbelangt, besitzt das Makita Akku Multifunktionswerkzeug lediglich zwei Einstellungsmöglichkeiten, wie den praktischen An- und Ausschalter auf der Oberseite, welcher mit dem Daumen ohne Umgreifen erreicht und angenehm bedient werden kann. Zum anderen befindet sich am hinteren Ende der Maschine ein kleines Drehrad zum Einstellen der Oszillationszahl mit sechs unterschiedlichen Stufen, wobei diese an die anfallende Arbeit von 6000 bis 20.000 Oszillationen in der Minute elektronisch angepasst werden kann. Das äußerst praktisch hierbei ist, dass sich weiterhin an der Vorderseite ein handlicher Schnellverschluss befindet, wodurch Aufsätze für das Multifunktionswerkzeug innerhalb von Sekunden und ohne weiteres Werkzeug gewechselt werden können. Dafür muss lediglich der schwarze Griff auf der Oberseite gelöst und anschließend komplett nach hinten geklappt werden, bis dieser senkrecht zur Maschine steht. Danach kann der Stift für die Halterung der Aufsätze entfernt ein neuer passender Aufsatz in beliebiger Position draufgesteckt werden, wobei dieser anschließend durch den Schnellverschlussstift in Position gebracht und befestigt wird. Anschließend noch den Hebel komplett nach unten klappen, wodurch der neue Aufsatz mit der Maschine bombenfest verbunden ist. Auf der Rückseite der Maschine befindet sich dann noch letzten Endes der gewohnte Akkuschacht für die Makita-Akkus, wobei hierfür lediglich 18 Volt Lithium-Ionen-Akkus mit beliebiger Kapazität verwendet werden können. Soweit zur Theorie, kommen wir nun zur Praxis und demzufolge zum Test. Hierbei prüfte ich das Makita-Akku-Multifunktionswerkzeug hinsichtlich der grundlegenden Aufgaben wie Sägen, Schneiden und Schleifen. In den Bereichen Sägen und Schneiden erwies sich das Multifunktionswerkzeug als sehr zuverlässig und leistungsstark, da es das Material innerhalb kürzester Zeit trennen und bearbeiten konnte, ohne dass dabei große Leistungseinbrüche oder ähnliches auftrat. Hier nochmal dazu ein kurzer Ausschnitt. Was die Schleifarbeiten anbelangt, verwendete ich hierfür eine alte Fliese mit enthaltenem Fliesenkleber und einen dazu passenden Schleifkopf für das Multifunktionswerkzeug, welches auch hier keine Schwächen oder Probleme zeigte, sondern das Material, wie man erkennen kann, zügig abdruck. Dementsprechend war es das dann auch schon wieder mit diesem kurzen Review meinerseits. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lasst auch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten vielen Dank an alle diejenigen, die den Kanal am Laufen halten, indem sie über meinen Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen, allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.